Warum warte ich mit dem Aufbau? Herzlich Willkommen, liebe Partner, liebe Interessenten, liebe Hater. Ich freue mich, dass ihr euch dieses Video anschaut. Erstmal dafür ein Dankeschön. Wenn dir dieses Video gefallen tut, gib mir einfach einen Daumen nach oben. Gefällt dir das Video nicht, gib mir einen Daumen nach unten. Möchtest du etwas loswerden, kannst du gerne hier unter diesem Video auch ein Kommentar schreiben und ich werde darauf reagieren. Okay, ja, was soll das heißen? Warum warte ich? Warum baue ich mein Geschäft noch nicht auf? Ja, liebe Freunde, das frage ich mich. Das frage ich mich, warum einige Geschäftspartner, Geschäftsfreunde so denken. Liebe Freunde, auf was wartet ihr? Wartet ihr immer noch auf Produkte, bis ihr wisst, was für Produkte im Einzelnen kommen? Wartet ihr auf den 2., 3., 9., bis ihr den Marketingplan kennt? Liebe Freunde, wir haben heute den 14.8. Wir haben bis zu diesem Datum, 2. und 3.9., haben wir noch alle drei Wochen Zeit. Und jetzt ist es so, jetzt bestimmst du absolut alleine, ob du das Momentum, weil das wird ja das Momentum sein, weil dann werden wir wissen, was für Produkte wir bekommen und wir werden wissen, wie der Marketingplan aussieht. Jetzt ist es so, stell dir selber die Frage, möchte ich dieses Momentum alleine? Oder möchte ich das Momentum teilen mit ein paar Freunden? Vielleicht sagst du, ich mache es alleine, dann ist das für dich okay. Aber bitte weine nicht hinterher, wenn du siehst, dass andere Partner schon 20, 30 Menschen mitgebracht haben und vielleicht eher Geld verdienen wie du. Weil die Arbeit, die wird die gleiche bleiben, ob du heute anfängst zu arbeiten oder erst in 3, 4 Wochen. Du wirst wieder sprechen über das Geschäft, du wirst, wenn wir die Produkte haben, die Produkte nutzen und du wirst deine Leute einarbeiten müssen und du fängst von vorne wieder an, du wirst wieder mit den Menschen sprechen und so weiter und so weiter. Weil so, nur so kannst du ein Team aufbauen. Wenn du dich in deinen vier Wänden versteckst und sagst, ja, es wird schon irgendwann. Es wird nicht passieren, liebe Freunde. Es wird nicht passieren. Du musst vom Sofa runter und musst einfach wirklich endlich anfangen, das umzusetzen, was dir dein Sponsor gesagt hat oder was du über Network Marketing schon gehört hast, weil ich weiß, dass viele Leute, die jetzt im Fairway Unternehmen sich einschreiben bzw. vorregistrieren, sind im Network schon tätig gewesen, haben viele Seminare. Nur das Problem ist, diese Leute setzen es nicht um. Also pack dir endlich am allerwertesten oder dreht dich dort selber rein und bewegt dich. Wenn du jetzt vielleicht im Urlaub warst, wir haben die Sommerferien gehabt oder haben sie ja noch und du kommst aus dem Urlaub oder bist im Urlaub und kommst wieder. Und dir hat der Urlaub wunderbar gefallen. Ich möchte verwenden beim nächsten Geburtstag, beim nächsten Grillabend oder wie auch immer beim nächsten Treffen mit deinen Freunden, Bekannten, wirst du über deinen Urlaub erzählen, du wirst Fotos zeigen, du wirst sagen, wie schön das Hotel war, wie schön das Essen war und bla bla bla. Jetzt hast du die Möglichkeit, über eine Firma zu erzählen, wo du dich jetzt schon eingetragen hast, solltest du dich noch nicht eingetragen haben, bekommst du natürlich die Möglichkeit, unterhalb diesen Videos dich einzutragen. Und erzähle vom Fairway, sag der Person doch, pass mal auf, ich habe vor zwei Wochen was kennengelernt, ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt, zwei Wochen, bin da echt toll von begeistert, ich habe von dir eine gute Meinung, ich wollte schon immer was gerne mit dir zusammen machen, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, vielleicht ist es für dich eine Möglichkeit. Einfach mal nur so eine Ansprache. Ja, um was geht es denn? Du, weißt du, ich würde das jetzt gerne hier in zwei, drei Sätzen erklären, aber das geht leider nicht. Komm, lass uns doch einfach mal, was weiß ich, morgen oder übermorgen Abend zusammensetzen, bringst du eine Frau mit oder deine Freundin, ja, und wir sprechen einfach mal gemeinsam drüber und dann hast du alle Informationen, die ich auch habe, ich zeige dir da auch was zu, da kann man zum Beispiel die Videos zeigen oder wie auch immer, wenn es einer ist, den du jetzt, der sich also jetzt mit dem Network noch gar nicht auskennt. Ja, und dann redet man da einfach drüber. Geht ruhig in den Warenmarkt rein, habt keine Angst. Die Leute, die werden euch nicht, ja, und wenn ihr es vernünftig macht, werden sich auch keine Freunde von euch trennen. Du sprecht sie einmal an, und wenn sie ja sagen, ist okay, dann schreibt er sie ein ins Network, also bei Favey, sagen sie nein, dann lasst sie in Ruhe. Geht ihr nicht auf die Nerven, nur macht bitte, bitte, bitte. Ihr seid keine Bittgeber. Ihr seid Chancengeber. Aber liebe Freunde, die jetzt sich vielleicht noch nicht so bewegen, ich kann es euch nur empfehlen, ich kann ja keinen dazu zwingen, möchte ich auch nicht. Aber ich kann euch nur empfehlen, dreht euch im Allerwertesten, gebt Gas, nehmt drei, vier, sechs Leute mit nach Dortmund oder nach Stuttgart und ihr werdet bei Favey einer der Ersten sein, die auch erfolgreich sind. Liebe Interessenten, ihr braucht keine Angst haben, auch ihr habt jetzt die Chance, immer noch von Anfang an dabei zu sein, fragt euch, wie gesagt, wenn ihr möchtet, bei mir hier unter dem Video ein, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, auch die E-Mail-Adresse werdet ihr finden und wir reden über alles und wenn es dir dann gefällt, freue ich mich natürlich, dich in meinem Team begrüßen zu dürfen. Okay, ich denke mal, das soll es eigentlich gewesen sein, ich will da auch nicht so weit ausschweifen jetzt, ich werde mit Sicherheit in der nächsten Zukunft noch mehr Videos machen, es werden Webinare folgen und ja, ich freue mich auf alle, die das Video gesehen haben. Hier oben kannst du jetzt mich abonnieren und ich sage einfach mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bis dann, schönen Tag noch. Ciao. 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 Vielen Dank.